Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge R&G, Zeit für neues Immobilien- und Investment-Podcast. Heute wieder mit einer Interview-Folge und ich habe heute einen ganz, ganz spannenden Kontakt für euch mitgebracht, den Nils Ruttkamp, der Spezialist ist für das Thema Familienpool-Gesellschaft. Und was das alles mit Investoren zu tun hat und welche Mehrwerte ihr für euch da mitnehmen könnt, das erfahrt ihr heute in dieser Podcast-Folge. Und ganz zum Schluss habe ich noch ein kleines Geschenk für euch, deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und jetzt erstmal hallo und herzlich willkommen Nils, ich freue mich, dass du heute hier bist. Hallo Marc, vielen Dank erstmal für die Einladung, ich freue mich auch hier zu sein und bin gespannt. Ja, vielleicht erzählst du einmal ganz kurz, wer du bist und was du so machst, damit die Zuhörer wissen, wer hier heute da ist. Ja, mein Name ist Nils Ruttkamp, hattest du schon gesagt. Ich bin Rechtsanwalt und habe meine Tätigkeitsschwerpunkte im Steuerrecht, Gesellschaftsrecht und Erbrecht. Und ja, habe dadurch immer wieder auch mit Gesellschaftsstrukturen zu tun, eben auch der Familienpool-Gesellschaft und arbeite aktuell in einer Steuerberatungsgesellschaft, aber eben als Rechtsanwalt. Also das heißt klassischer Rechtsanwalt, aber mit der Spezialisierung eigentlich schon auf das Thema Vermögensnachfolge oder Vermögensstrukturierung kann man sagen. Genau, also private Vermögensnachfolge, Unternehmensnachfolge, auch Umwandlung, Umstrukturierung an der Stelle und das natürlich immer unter den steuerlichen Aspekten. Das heißt, ja, man kann das ja nie losgelöst voneinander betrachten. Also ich kann mir das Gesellschaftsrecht natürlich angucken, wenn ich das Steuerrecht aber dann außer Acht lasse, dann habe ich natürlich andere Themen nachher, die keiner haben will. Und insofern muss man das immer so ein bisschen ganzheitlich sehen und deswegen auch die Wahl der Tätigkeitsschwerpunkte da an der Stelle. Das heißt aber auch, ihr beschäftigt euch ja nicht nur wahrscheinlich mit dem Thema Immobilie, sondern grundsätzlich eigentlich mit allen Vermögenswerten, die da irgendwo im Laufe des Lebens so angesammelt werden. Genau, also man kann grundsätzlich auch die Familienpool-Gesellschaft auf verschiedene Vermögenswerte übertragen, also das als Gestaltungsinstrument. Es gibt auch die klassische Depot-GWR beispielsweise, dass man sagt, okay, da werden Depotbestände oder Kapitalvermögen insgesamt in irgendeiner Form eingebracht. Auch das ist eine Möglichkeit, wo man auf die Familienpool-Gesellschaft trifft, aber tatsächlich ist der Schwerpunkt bei Immobilien, weil es da auch die meisten, sag ich mal, Effekte, Vorteile gibt. Ja, also wenn ich das jetzt mal auf meine eigene Person so beziehe, dann muss ich gestehen, ist das Thema überhaupt sich mit, ich sag mal, Strukturierungen oder, ja, ich sag jetzt mal Unternehmen, die man vielleicht gründet für das Thema Immobilien, gar nicht so das Thema gewesen am Anfang. Also man hat ja im Prinzip erstmal klassisch angefangen, vielleicht die Immobilie alleine auch gekauft als Privatperson, weil, ne, dann habe ich ja die Möglichkeit, nach zehn Jahren das Objekt auch steuerfrei veräußern zu können. Das ist so der klassische Weg gewesen und dass man sich überhaupt erst mit einer GbR oder sowas beschäftigt hat, das ist ja erst in dem Zusammenhang gekommen, als ich mal eine Immobilie zu zweit gekauft habe. Warum kann das denn überhaupt sinnvoll sein, sich auch vielleicht vorher schon mit dem Thema GbR zu beschäftigen? Also ich fange vielleicht nochmal anders an an der Stelle, um das vorwegzunehmen, ich rate eigentlich all meinen Mandanten, die zu mir kommen und vor einem Investment stehen und eine Immobilie beispielsweise erwerben wollen, das von vornherein als GbR, wenigstens als GbR oder vielleicht auch in einer anderen Rechtsform zu tun, einfach deswegen, weil ich von vornherein diese Gesellschaft, welches auch dann immer ist, im Grundbuch haben möchte. Ja, das heißt, der Vorteil entsteht schon an der Stelle, wo ich sage, auch wenn ich das alleine tun möchte, dann kann ich das als Gesellschaft tun und zwar mit einer 100 zu 0 Beteiligung, das geht zumindest bei einer GbR tatsächlich, sodass ich vermögensmäßig gar keinen Unterschied habe zum Alleineigentum, aber von vornherein im Grundbuch dann letztlich die Immobilie auf die GbR eingetragen wird, also im Bestandsverzeichnis dann als Eigentümer die GbR. Bisher war es so, die GbR bestehend aus den Gesellschaftern, mittlerweile ist es ja seit dem 01.01.2024 so, dass wir eh in der Rechtsform der E-GbR sind und dann die E-GbR dort einfach als, ich sage mal, Platzhalter, Namenshalter steht. Also an der Stelle kann ich mir jetzt vorstellen, dass der ein oder andere Zuhörer denkt, okay, ich bin jetzt alleine und ich soll als GbR kaufen oder als E-GbR. Das mit dem 100 zu 0, kannst du das einmal ein bisschen genauer ausführen? Also nehmen wir mal ein Beispiel, ich als Marc Günther, ich möchte jetzt eine Immobilie alleine kaufen. Kann ich das als GbR machen, auch wenn ich der alleinige Eigentümer sein möchte? Genau, richtig. Also man muss vielleicht da zivilrechtlich so ein bisschen differenzieren. Also ja, ich brauche für eine Gesellschaft, wie der Name schon sagt, mindestens zwei Personen, damit ich eine Gesellschaft bin. Das heißt, ich brauche schon eine zweite Person, die da mitwirkt, aber ich habe eben in der Rechtsform der GbR die Möglichkeit, eine 100 zu 0 Beteiligung herbeizuführen. Das heißt, die zweite Person, die dann nicht Marc Günther ist, die kann dann, sage ich mal, mit auftreten, den Gesellschaftsvertrag mit unterschreiben, ist aber vermögensmäßig tatsächlich nicht beteiligt, sodass ich wirklich die Möglichkeit habe, im Grunde alleine, aber als GbR zu erwerben. Und das hat dann eben den Vorteil, dass die GbR im Grundbuch eingetragen ist und ich in der Folge, wenn ich im Grunde auch mal die Immobilie vielleicht übertragen will, ob verschenken will, verkaufen will, ich auch die Möglichkeit hätte, Gesellschaftsanteile zu übertragen und gar nicht mehr die Immobilie als solche betrachte, sondern vielmehr die Gesellschaft, der die Immobilie dann gehört. Also von der Unterscheidung her, normalerweise würde jetzt Marc Günther als Eigentümer im Grundbuch drinstehen. Jetzt ist es aber so, dass dann der GbR-Name im Grundbuch drinsteht. An dieser GbR bin ich zu 100 Prozent beteiligt. Das heißt, Marc Günther ist trotzdem immer noch derjenige, der die Herrschaft sozusagen über dieses Objekt hat. Aber im Grundbuch steht die GbR. Welchen Mehrwert habe ich denn jetzt an der Stelle? Also warum sollte ich das tun mit diesem Zwischenschritt mit der GbR und es nicht gleich zu 100 Prozent selbst kaufen? Also es sind verschiedene Vorteile. Ich hatte jetzt tatsächlich heute Vormittag noch den Fall, dass mich ein Mandant genau das gefragt hat. Da steht ein Immobilienerwerb an und ich gesagt habe, also das, was vor allem damit bezweckt wird, selbst wenn wir noch nicht wissen, wo die Reise hingeht, ist die Flexibilität. Das heißt, wenn ich die Immobilie einmal als GbR kaufe, dann habe ich von vornherein die GbR drin, muss nicht im Nachhinein zum Beispiel in eine GbR einbringen und dafür Notarkosten aufwenden. Ich brauche ab dem Zeitpunkt, wo die GbR im Grundbuch steht, streng genommen für die Übertragung der Gesellschaftsanteile auch keinen Notar mehr. Das heißt, ich würde mir auch bei späteren Übertragungen, egal ob im Verkaufsfall oder im Rahmen einer vorweggenommenen Erbfolge beispielsweise, Notarkosten sparen. Und ich habe einfach die Möglichkeit, für zukünftige Gestaltungen mich stets eigentlich flexibel zu halten. Also ich sage jetzt mal, ob ich sage, ich möchte das Objekt halten, möchte vielleicht irgendwann mal meine Rechtsform ändern, möchte vielleicht eine Immobilien-GmbH mal haben, dafür halte ich mich flexibel. Ich brauche später nur umzuwandeln, ich brauche nicht erst eine Gesellschaft errichten und einbringen. Das hat auch viel zu tun mit Haltefristen, die da im Raum stehen, wenn ich erst einbringe und dann vielleicht die Rechtsform wechsle. Genauso sage ich mal, egal ob ich jetzt sage, ich verkaufe die Immobilie, ich übertrage die auf meine Kinder irgendwann, also die Gesellschaftsanteile, ich möchte das entwickeln, möchte Bestände aufbauen. Ich habe einfach erst mal die Grundlage geschaffen, dass die GbR als solche im Grundbuch steht und ich dann immer auch über den Gesellschaftsvertrag spezielle Regelungen treffen kann. Also das heißt, es ist im Prinzip so eine Art Joker, den ich mir schon einbaue ins Grundbuch, damit ich einfach hinterher viel mehr Flexibilität habe, als wenn ich als Privatperson dort drin stehe. Dann wäre jetzt die erste Frage, die ich mir stellen würde, also wenn man sich mit dem Thema noch nicht so intensiv beschäftigt hat, was kostet das denn mehr, wenn ich jetzt das Objekt in einer GbR kaufe, anstatt es als Marc-Günther als Privatperson zu kaufen? Genau, und das ist der entscheidende Aspekt, es kostet erst mal gar nichts mehr, wenn man so möchte. Jetzt seit dem 01.01.2024 mit dieser EGbR und der erforderlichen Eintragung, die wir haben, muss streng genommen eine Eintragung zum Gesellschaftsregister erfolgen, bevor ich eine Immobilie erwerben kann. Das heißt, in dem Moment müsste ich doch mal einmal zum Notar und da diese Gesellschaftsregisteranmeldung unterzeichnen, das wird beglaubigt, da fällt eine Beglaubigungsgebühr an im schmalen zweistelligen Bereich, also durchaus hinnehmbar an der Stelle und ansonsten habe ich erst mal keine Nachteile. Also ich stelle mich weder zivilrechtlich schlecht dar, ich habe keine anderen laufenden Kosten, es kommt jetzt nicht irgendwie wie bei einem Gewerbe IHK-Beiträge auf mich zu oder sonst irgendwie etwas. Das heißt, ich habe im Grunde den gleichen Aufwand kostenmäßig, nur habe eben den Vorteil, dass weil die GbR eingetragen ist und nicht ich als natürliche Person, dass ich dann einfach für die Zukunft, egal was passiert, egal was ich vorhabe, vielleicht weiß ich ja noch gar nicht, was ich vorhabe, ich jedenfalls alle Möglichkeiten habe. Also ich finde, da ist es vielleicht nochmal wichtig, das kurz klarzustellen. Auch wenn ich jetzt als GbR kaufe und im Umgangssprachlichen sagt man ja sofort, ah, meine Firma kauft jetzt dieses Objekt, ist es glaube ich wichtig zu sagen, dass eine GbR eine Privatperson ist. Also korrigiere mich vielleicht, wenn ich da falsch liege, aber für mich ist das so, eine vermögensverwaltende GmbH beispielsweise, das ist eine Firma, also ein richtiges Unternehmen und als GbR bin ich aber auch, was die steuerliche Betrachtungsweise angeht, ja immer noch als Privatperson. Also für mich ändert sich in der Steuerbetrachtung nichts, ob ich jetzt als GbR erwerbe oder ob ich als Mark-Günther Privatperson erwerbe. Genau, die Unterscheidung, die man da vornehmen muss, ist die Frage, bin ich ein Gewerbebetrieb oder bin ich kein Gewerbebetrieb? Wir unterscheiden immer zwischen steuerlichen Privatvermögen und steuerlichen Betriebsvermögen an der Stelle und du hast es ganz richtig dargestellt, bei der GbR, solange ich nur Vermögensverwaltung betreibe, auch mein Gesellschaftszweck Vermögensverwaltung ist, ist das dem steuerlichen Privatvermögen zuzurechnen. Das heißt, so Aspekte, wie du sie auch angesprochen hast, nach zehn Jahren steuerfrei veräußern, die Spekulationsfrist 23 ESTG, das sind Aspekte, die laufen da absolut gleich. Da stelle ich mich jetzt nicht steuerlich schlechter. Es gibt natürlich auch Gesellschaftsformen, die sind per se steuerliches Betriebsvermögen, etwa die Immobilien GmbH an der Stelle oder auch eine GmbH und Co. KG, die entsprechend gewerblich geprägt ist. Auch da ist es so, dass wir da im steuerlichen Betriebsvermögen sind. Das kann Sinn machen, muss es aber nicht, aber für diejenigen, die einfach nur sagen, ich möchte ganz privat erst mal eine Immobilie erwerben, kann ich trotzdem Rechtsformen wie die GbR oder auch die KG, theoretisch auch die GmbH und Co. KG heranziehen. Also wichtig für diejenigen, die jetzt vorhaben, nach zehn Jahren steuerfrei die Immobilie veräußern zu können. Es ändert sich da an dieser Stelle nichts, ob ich als Privatperson kaufe oder als GbR oder auch KG an der Stelle, die Immobilie in dieser Rechtsform zu kaufen. Aber ich habe halt viel mehr Möglichkeiten hinterher zu spielen. Genau, richtig. Vielleicht lasst uns an der Stelle mal das Investorenleben beispielhaft dafür nehmen. Ich finde immer, es gibt verschiedene Phasen, in denen sich ein Investor befindet. Nämlich einmal diese Aufbauphase. Also ich fange heute an und entschließe mich, ich möchte jetzt in Zukunft mehrere Immobilien erwerben. Und das nenne ich jetzt mal die Aufbauphase. Dann haben wir diese Halte- und Optimierungsphase. Also das heißt, ich höre jetzt auf, weitere Objekte im Bestand zuzukaufen. Ich behalte meine Objekte erstmal und möchte diese Immobilien weiter im Bestand optimieren. Mach vielleicht andere Vermietungsmodelle oder saniere im Bestand. Und dann habe ich am Ende als letzten Abschnitt im Prinzip die Situation, wo ich dann über die Vermögensnachfolge spreche. Also das heißt, entweder Immobilien in die nächste Generation weitergeben, veräußern, abstoßen, was auch immer. Aber diese drei Phasen habe ich als Investor. Wenn wir jetzt in der ersten Phase mal starten, wir sind bei demjenigen angekommen, der jetzt gerade anfängt, sich mit dem Thema Immobilie zu beschäftigen und die ersten Objekte kaufen möchte. Warum sollte derjenige das Objekt in der GbR-Lösung kaufen und nicht als Privatperson? Also erstens mal, weil er sich schlicht und ergreifend nicht schlechter stellt. Es gibt keinen Nachteil an der Stelle. Und die Vorteile liegen für denjenigen, der vielleicht noch relativ unbedarft an die Sache rangeht und vielleicht sagt, ja okay, ich kaufe jetzt meine erste Eigentumswohnung, mein erstes Mehrfamilienhaus, wie auch immer. Ich weiß aber noch gar nicht, ist das mein Ding? Vielleicht verkaufe ich es auch wieder nach zwei, drei Jahren. Auch da habe ich durch die GbR-Gestaltung verschiedene Vorteile. Also wir haben gerade gesagt, steuerliche Betrachtung ist erstmal identisch. Das heißt, ich stelle mich nicht schlechter. Zweiter Aspekt ist, wenn ich eine GbR nehme und dort ein Objekt erstmal reinkaufe und mir wirklich überlegen würde, nach zwei Jahren, das ist nichts mehr für mich, könnte ich sogar eins tun, nämlich die GbR insgesamt an einen potenziellen Käufer verkaufen und demjenigen dann nicht die Eigentumsanteile an der Immobilie überschreiben, sondern Gesellschaftsanteile verkaufen. Und an der Stelle brauche ich, klingt vielleicht komisch, aber keinen Notar, weil ich Gesellschaftsanteile übertrage und eben keine Miteigentumsanteile, wo das Gesetz die notarielle Beurkundung vorsieht. Es macht mit Sicherheit Sinn, trotzdem sich rechtlich beraten zu lassen, was für eine Ausgestaltung so einen Kaufvertrag haben sollte, was da vielleicht für Sicherungsaspekte rein müssen. Aber letztlich ist das ein Vertrag, den auch jeder Anwalt entwerfen könnte an der Stelle und dann letztlich die GbR-Anteile tatsächlich dann ohne Notarkosten veräußert werden können. Also den Punkt würde ich gerne nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Also Beispiel, wir kaufen jetzt die Immobilie als GbR und entschließen uns nach kurzer Zeit, nach drei Jahren meinetwegen, die Immobilie weiter zu verkaufen. Dann wäre an der Stelle ein ganz normaler Verkauf möglich, also das, was ich so oder so machen könnte. Aber dadurch, dass ich jetzt als findiger Investor im Vorfeld die Immobilie als GbR gekauft habe, habe ich noch eine zweite Option, die mir sonst verwehrt geblieben wäre. Und zwar, jetzt unterhalte ich mich mit einem anderen Profi meinetwegen, also mit jemandem, der auch vielleicht aus diesem Bereich kommt oder auch jemandem ganz Fremden, der dann sagt, ich möchte nicht deine Immobilie erwerben, sondern die GbR erwerben. Und dann haben wir an der Stelle die Situation, dass wir die Nebenkosten, die beim Immobilienerwerb ja anfallen, also Grunderwerbsteuer, Notar- und Gerichtskosten und eventuell Maklerkosten, die haben wir jetzt an der Stelle durch die Notarkosten, also durch die Kaufvertragserstellungskosten, reduziert. Also 1,5 Prozent im Prinzip, die man jetzt gespart hat, die man sonst zahlen müsste, wenn man als Privatperson verkaufen würde. Genau, richtig. Also ich brauche eben keine notarelle Beurkundung. Und ich sage mal, bei der notarellen Beurkundung ist es ja so, dass der Notar schlicht und ergreifend in die Gebührentabelle schaut und guckt, okay, wenn die Immobilie 200.000 wert ist, dann steht da, welcher Betrag abzurechnen ist. Und danach richtet sich dann eben die Honorarhöhe. Und weil ich den Notar im Grunde an der Stelle zur Beurkundung nicht brauche, vielleicht maximal für eine Beglaubigung an der Stelle zu Dokumentationszwecken oder Ähnliches denkbar, aber im Grunde den Notar gar nicht brauche, kann ich mir diese Kosten natürlich sparen. Grunderwerbsteuer bleibt an der Stelle natürlich nach wie vor bestehen, zumindest bei einem Verkauf nach kurzer Zeit. Also das ist schon mal ein mega Mehrwert, finde ich, den man sonst als Privatperson ja nicht hätte. Und der Vorteil ist, man kann diese Option ziehen, man muss es aber nicht. Also wenn ich dann doch ängstlich bin und sage, ah, ich will aber doch jetzt lieber, dass das alles über den Notar abläuft, kann ich das ja trotzdem in Anspruch nehmen. Aber ich halte mir die Option offen, dass ich es auch ohne Notar machen könnte. Genau, also die Frage ist ja nachher, wer hat den Vorteil an der Stelle? Also die Kosten werden jedenfalls eingespart. Entweder bin ich am Markt, wenn ich die Immobilie sonst vielleicht nicht loskriegen würde, attraktiver oder ich kann eben ein bisschen mehr Kaufpreis verlangen, nämlich das, was derjenige sich vielleicht an Kosten spart, die sonst beim Notar anfallen würden. Also ich denke, das ist auf jeden Fall erstmal ein Vorteil, den man sich da offen hält. Und nach Ablauf der zehn Jahre, mal angenommen, ich möchte die Immobilie gar nicht fremd veräußern, sondern am liebsten würde ich sie gerne im eigenen Bestand weiterhalten, habe aber mittlerweile die Immobilie im Wert gesteigert, weil ich ein gutes Gespür hatte, wie ich die Mieterstruktur verändere. Vielleicht habe ich auch ein bisschen was saniert im Bestand. So, jetzt hat die Immobilie einen höheren Wert. Gibt es da noch Möglichkeiten, die ich jetzt in Anspruch nehmen kann? Also grundsätzlich, wenn die zehn Jahre abgelaufen sind, dann bin ich aus dieser Spekulationsfrist erstmal raus. Das heißt, für den Verkaufsfall würde ich ja einen etwaigen Mehrerlös nicht versteuern müssen. Das ist der Aspekt, auf den du da zu sprechen kommst. Und letztlich habe ich dadurch auch die Möglichkeit, zum Beispiel herzugehen und die Immobilie bewusst in ein Betriebsvermögen zu überführen, um zum Beispiel zusätzliches Abschreibungsvolumen zu generieren, also zum dann vorherrschenden Verkehrswert im Grunde einzulegen, einzubringen vielmehr und insofern dann zusätzliches Abschreibungsvolumen gegenüber dem damaligen Kaufpreis zu generieren. Also wenn wir das nochmal in Zahlen untermauern, ich habe die Immobilie für 200.000 Euro gekauft und habe jetzt den Wert im Laufe dieser zehn Jahre deutlich gesteigert. Wir nehmen mal fiktiv an, es würde auf 300.000 Euro eine Wertsteigerung gegeben haben. Dann hätte ich ja jetzt in den ersten zehn Jahren, weil ich den Kaufpreis bei 200.000 hatte, die Abschreibung auf meine 200.000 gerechnet. Und nach zehn Jahren wäre jetzt ein steuerfreier, spekulationssteuerfreier Verkauf möglich und ich hätte jetzt aber die Situation, wenn ich zum Beispiel das Ehegattenmodell fahre oder jetzt den zweiten Beteiligten an meiner GbR, der vorher zu null beteiligt war, den jetzt die Immobilie verkaufe, dann hätte ich die Möglichkeit, den neuen Immobilienwert, nämlich die 300.000 Euro als Abschreibungsgrundlage, geltend zu machen. Genau, richtig. Immer unter Berücksichtigung des Gebäudeanteils zum Grundstück. Also für die, die sich damit schon mal beschäftigt haben, abschreiben kann ich ja nur die Immobilie, nicht den Grund und Boden. Das heißt, wenn jetzt der Kaufpreis 200.000 ist, war da auch irgendein Anteil Grund und Boden enthalten logischerweise, aber ansonsten ist es ganz genau so, dass ich im Grunde sagen kann, die Wertsteigerung mache ich mir insofern zunutze, als dass ich eben sage, ich beginne quasi mit der Abschreibung neu oder von einem höheren Ausgangswert und habe insofern natürlich ertragssteuerlich, also bei der Einkommensteuer eine gewisse Ersparnis, wenn man so will. Jetzt könnte man ja sagen, ja gut, aber als Privatperson, also wenn ich jetzt als Mark Günther kaufe, kann ich doch nach zehn Jahren die Immobilie genauso auch an meine Frau verkaufen. Wo ist jetzt der Mehrwert konkret dadurch, dass ich als GbR gekauft habe? Du meinst jetzt, du könntest nach zehn Jahren die Immobilie an deine Ehefrau verkaufen? Also wenn ich jetzt anstatt als GbR die Immobilie zu erwerben vor zehn Jahren entschieden habe, nee, ich kaufe doch als Mark Günther Privatperson. Jetzt sind die zehn Jahre rum. Ich möchte jetzt eigentlich gerne das Abschreibungspotenzial heben sozusagen. Die Immobilie ist in dem Wert gesteigert worden und ich habe jetzt nach diesen zehn Jahren vor die Immobilie, weil ich sie im Familienbestand halten möchte, verkaufe ich die jetzt an meine Frau. Wo ist jetzt der Mehrwert sozusagen, wenn ich vorher als GbR zu Null gekauft habe, gegenüber der Situation, wenn ich als Mark Günther Privatperson kaufen würde? Also ich sage mal, man muss natürlich eins sehen, in dem Moment, wo ich mit der GbR, also mit GbR-Anteilen dann wieder agiere, habe ich da auch wieder die Notarkosten mir gespart und ich habe natürlich da dann auch die Möglichkeit, dass im Grunde, ja, ohne Hinzuziehung eines Notars, dann einfach zu übertragen privatschriftlich an der Stelle. Und habe so natürlich auch die Möglichkeit, du spielst auf diese Ehegattenschaukel ab oder an, habe da natürlich dann auch die Möglichkeit, dadurch das Abschreibungsvolumen dann zu erhöhen. Und der Vorteil der GbR liegt einfach darin, dass ich, wie gesagt, nicht die Immobilie als solch übertragen muss, was ja wieder einen gewissen Kostenaufwand bedeutet, sondern dann eben auch GbR-Anteile übertragen kann und das im Grunde eins zu eins so übertragbar ist. Mit einer kleinen Einschränkung an der Stelle, es wird wahrscheinlich so sein, dass man im Grunde die bisherige Abschreibung ein Stück weit anzurechnen hat. Das heißt, das, was bisher an Abschreibung läuft, würde übernommen werden und der Mehrwert gegenüber dem damaligen Kaufpreis, der würde in die Abschreibung neu einfließen. Das heißt, wenn ich in der gleichen Gesellschaft bleibe, müsste ich die damalige Abschreibung fortführen, dürfte aber ein Rechenexempel sein, was da vorteilhafter oder nachteiliger ist. Also ich sage jetzt mal, um es vereinfacht darzustellen, ist es genauso, wie du gesagt hast. Ich gehe auf die 300.000, schreibe davon neu ab. Im Einzelfall muss man einfach detaillierter hinschauen und gucken, wie setze ich das zahlenmäßig zusammen. Also ich finde auch, dass ein Mehrwert, wenn ich das so zerdenke einmal, wenn ich jetzt mit meiner Frau das Spiel mache, mit der Ehegattenschaukel, dann habe ich ja den Vorteil, dass ich keine Grunderwerbsteuer zahlen muss, aber die Notar- und Gerichtskosten erstmal habe, wenn ich als Privatperson gekauft habe. Wenn ich jetzt als GbR kaufe, an der meine Ehefrau mit Null beteiligt ist, dann spare ich neben der Grunderwerbsteuer auch noch die Notarkosten. Das heißt, wir sind eigentlich in der Situation, dass ich rein kostenseitig quasi ohne einen Kostenaufwand die Immobilie von A nach B bringen kann, ohne dass ich irgendwelche Kaufnebenkosten an dieser Stelle berühren würde. Und der Mehrwert gegenüber der normalen Privatperson ist jetzt einfach diese Notarkosten. Das Schöne in der GbR-Konstellation ist, dass ich das Ganze jetzt nicht nur mit meiner Ehefrau ja machen könnte, sondern wir beide könnten jetzt auch eine GbR miteinander gründen. 100% gehören mir, 0% dir. Und nach 10 Jahren gebe ich dir die GbR-Anteile weiter und an der Stelle würden auch keine Grunderwerbsteuern anfallen. An der Stelle würden auch keine Grunderwerbsteuern anfallen. Ich bin schon beteiligt. Wir gründen heute, also heute, wo wir die Immobilie kaufen, die GbR. Die GbR wird Eigentümer der Immobilie. Und du bist mit 0% an der GbR beteiligt, ich mit 100%. Nach 10 Jahren, die sind jetzt heute auf dem Stichtag rum, und jetzt gebe ich dir die GbR-Anteile rüber und 100% gehen an dich und ich halte 0%. Haben wir dann hier auch die Situation, Grunderwerbsteuer frei und Notar fällt auch nicht an? Nein, die Grunderwerbsteuer würde an der Stelle anfallen, weil der Gesetzgeber vor etwa zwei Jahren das Grunderwerbsteuergesetz dahingehend ein Stück weit reformiert hat. Früher war das tatsächlich möglich, über diese Personengesellschaftsbeteiligungen die Grunderwerbsteuer weitestgehend zu umgehen. Da hat der Gesetzgeber einen Riegel vorgeschoben. Das heißt, man würde da dann in einen Auffangtatbestand fallen, den das Gesetz vorsieht, weil du deine Anteile um mehr als 90% verringerst beziehungsweise ich mehr als 90% der Anteile übernehme. Das heißt, bis zu einem Punkt von 90% wäre das denkbar. Ansonsten müsste neben mir vielleicht auch noch deine Frau oder meine Frau beteiligt sein, sodass wir als Ehegatten dann erwerben und wir dann sagen, okay, wir erwerben von dir jeweils 50%, dann sieht das Gesetz zumindest Stand jetzt noch nicht vor, dass darauf Grunderwerbsteuer anfällt. Das heißt, für den Verkaufsfall an einen fremden Dritten, um es mal pauschal zu sagen, brauche ich auf der Käuferseite eigentlich zwei Personen, die Anteile übernehmen, um die Grunderwerbsteuer da nicht auszulösen. Also würde bedeuten, ich, also GbR kauft das Objekt, zehn Jahre sind rum, ich war 100%, du 0%. Nach den zehn Jahren erwirbst du mit deiner Frau. Du nimmst 90% und deine Frau 10%, dann würde die Grunderwerbsteuer auf die 10% deiner Frau anfallen und deine 90% wären Grunderwerbsteuerfrei. Nein, dann wäre, also die Grenze liegt da bei 89,9. Okay. Also die 90 dürfte ich nicht bekommen, also maximal 89,9, aber das ist vielleicht ein bisschen spitzwindig. Und es würde da tatsächlich gar keine Grunderwerbsteuer anfallen. Also in dem Moment, wo keiner von uns beiden, also weder ich noch meine Frau, mehr als 90% oder eben die 90% erwirbt, wäre das insgesamt frei. Das heißt, wenn ich als derjenige, der verkauft, zwei Personen finde, die kaufen, und das in einem Verhältnis von wenigstens 89,9 zu 10,1, dann bin ich da komplett von der Grunderwerbsteuerbefreiheit. Also das war mir im Vorfeld gar nicht so bewusst, dass diese Option an der Stelle auch noch möglich ist, weil ich gedacht habe, es ist immer notwendig, dass ich heute schon quasi weiß, an wen ich in zehn Jahren die Immobilie weitergeben möchte. Also deswegen ja die GbR zu Null. Derjenige, der mit Null beteiligt wird, das wäre sozusagen derjenige, an den ich auf jeden Fall verkaufen möchte nach zehn Jahren. Das heißt, ich müsste ja heute im Prinzip in dieser Aufbauphase als Investor mir schon einen Kollegen oder einen Familienmitglied oder wen auch immer suchen, wo ich heute schon weiß, alles klar, in zehn Jahren, da tauschen wir unsere Immobilien hin und her, um zumindest die Abschreibungswerte zu erhöhen oder wenn wir die Immobilien im eigenen Bestand halten wollen. Ist aber gar nicht so. Das ist gar nicht erforderlich. Also ich brauche für die Gründung eben die zwei Personen, das heißt irgendjemanden, Vater, Mutter, Kinder, wie auch immer, Ehefrau, die sich einfach mitbeteiligen und zwar mit Null beteiligen. Dafür, dass ich dann die GbR bin und wenn ich dann anschließend an zwei Wildfremde übertrage, dann übertrage ich eben die Gesellschaftsanträge an dann neu eintretende Gesellschafter. Aber es ist nicht erforderlich, dass die vorher beteiligt waren. Also ich muss jetzt nicht schon die Exit-Strategie für in zehn Jahren vorrätig haben. Okay, also ich sage mal, können wir auf jeden Fall schon mal zusammenfassen, dass für diese Anfangsphase, also selbst wenn ich heute noch gar keine Immobilien im Bestand habe und mich jetzt damit beschäftige, meinen Immobilien im Bestand zu vergrößern, da macht es jetzt eigentlich schon Sinn, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also egal, ob das jetzt GbR oder es gibt ja auch noch andere Rechtsformen, KG oder was es da noch so gibt, sich aber auf jeden Fall heute schon mal damit zu beschäftigen und zu überlegen, wie könnte mein Szenario nach zehn Jahren vielleicht aussehen und dann lieber die flexible Lösung quasi nehmen, in der ich offener bin und mehr Möglichkeiten habe. Und ich sage mal, einziger Wermutstropfen sind also ein zweistelliger Betrag, den ich für die Eintragung dieser Rechtsform dann benötige sozusagen. Genau, richtig. Also es ist einmal die Beglaubigungsgebühr, die an der Stelle anfällt, dafür, dass ich eben die Gesellschaftsregisteranmeldung über ein Notariat vornehme und es mag sein, dass da auch noch, kann ich gar nicht sagen, beim Gesellschaftsregister eine kleine Gebühr anfällt für die Eintragung wie auch bei einem Handelsregister. Aber ich sage mal, das ist ein überschaubarer Kostenaufwand an der Stelle und habe so dann eben die Möglichkeit, mich da wirklich ziemlich flexibel zu halten. Also ich weiß, dass jetzt mit Sicherheit der ein oder andere auch sagen wird, ja und was sagt dann meine Bank dazu? Da kann ich natürlich als Baufinanzierer auch dazu sagen, dass wir solche Konstrukte schon finanziert haben. Und für die Bank an der Stelle eigentlich wichtig ist, dass die handelnde Person, also die Beherrschaft oder Herrschaft hat in der GbR, dass die natürlich als Kreditnehmer im Darlehensvertrag auftaucht. Es gibt da natürlich nur ein paar Unterscheidungen. Manche Banken wollen dann den GbR-Namen gerne vorher wissen und wollen den Darlehensvertrag auch auf den GbR-Namen ausstellen. Aber es gibt genauso auch die Banken, die sagen, nein, wenn Marc Günther 100 Prozent der GbR hält, dann schließen wir den Darlehensvertrag mit Marc Günther ab, weil für die Bank eigentlich die entscheidende Kriterie dabei ist, dass die Sicherheiten gegeben sind. Und insofern klingt das jetzt vielleicht im ersten Moment nach einem wilden Konstrukt. Warum gründet man irgendwelche GbRs, dass das so ein bisschen verstrickt wird? Aber auf der anderen Seite aus Sicht der Bank, man guckt durch die GbR durch, wer ist derjenige, dem die GbR gehört? Und derjenige wird im Darlehensvertrag als Darlehensnehmer aufgenommen. Die Immobilie dient als Sicherheit. Und damit haben wir im Prinzip das ganze Thema mit der Bank schon abgegolten. Genau, also streng genommen ändert sich für die Bank ja gar nichts. Also die werden nicht darauf verzichten, eine Grundschuld zu bestellen im Normalfall. Auch auf die persönlichen Sicherheiten, die da vielleicht dann erforderlich sind in dem konkreten Fall, werden die nicht verzichten. Aber jedenfalls macht es ansonsten keinen Unterschied für die Bank, ob dann derjenige als natürliche Person eingetragen ist oder die Gesellschaft. Und soweit ich weiß, ist das mittlerweile auch bei den Banken überwiegend angekommen und ein bisschen vereinfacht. Das war vor einigen Jahren tatsächlich noch etwas schwieriger. Ja, also kann ich definitiv bestätigen. Die Banken kriegen diese Szenarien auch immer öfter mit und also die Hürden sind deutlich kleiner geworden. Wenn wir jetzt die erste Phase mal abgeschlossen haben, wir sind jetzt in der zweiten Haltephase, da sind wir ja gerade eigentlich schon so ein bisschen darauf eingegangen. Also man hat die Möglichkeit, Abschreibungspotenzial zu heben. Hat man in dieser zweiten Phase noch andere Mehrwerte, die wir jetzt gerade noch nicht angesprochen haben? Fällt dir da noch was ein? Also ich sage mal, vielleicht um an der Stelle noch einmal auf die erste Phase zurückzukommen. Es gibt noch einen ganz anderen Punkt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, und zwar die Möglichkeit, ja in dem Gesellschaftsvertrag auch schon für diesen Abschnitt, Lebensabschnitt, schon entsprechende Regelungen im Gesellschaftsvertrag aufzunehmen. Das heißt, ich muss ja immer eins sehen. Ich kann ja dieser Gesellschaft immer einen Gesellschaftsvertrag zugrunde legen. Den kann ich auch immer wieder privatschriftlich ändern. Das heißt, ich kann im Grunde auch fortlaufend immer diesen Gesellschaftsvertrag an die aktuelle Situation anpassen. Oder kann zum Beispiel gewisse Sachen absichern. Ja, ich kann Geschäftsführungsbefugnisse regeln, Sonderrechte regeln, an der Stelle vielleicht auch nachfolgeberechtigte Personen festlegen, um eben da auch einfach so ein bisschen für den Fall der Fälle vorzubeugen. Auch das sind alles wichtige Aspekte, die ich schon in dieser Anfangsphase theoretisch mit aufnehmen kann, weil ich vielleicht sage, klar, wir finanzieren das Ganze gerade noch und sind da irgendwo in einer Aufbauphase. Aber trotzdem habe ich vielleicht schon Frau und Kinder, die ich da an der Stelle auch so ein bisschen absichern, bedenken möchte oder ausschließen möchte, dass irgendwie andere Personen in die Gesellschaft eintreten können oder ähnliches. Wo ist da mein Mehrwert, das in diesem Gesellschaftsvertrag festzuhalten? Weil ich habe doch ein Testament oder, also im Idealfall habe ich vielleicht ein Testament, vielleicht hat der eine oder andere noch keins, aber ich habe doch auch die Möglichkeit, das testamentarisch zu regeln. Genau, richtig. Also grundsätzlich ist das auch was, was in ein Testament oder ein Erbvertrag gehört. Aber danke für die Vorlage. Es gibt einen ganz wichtigen Aspekt an der Stelle und zwar, Gesellschaftsrecht geht dem Erbrecht vor. Das heißt, man muss das Ganze so sehen, ich kann im Gesellschaftsvertrag durchaus festlegen, wer darf in die Gesellschaft eintreten und kann zwar über diese Vermögensposition meinen Gesellschaftsanteil im Rahmen meines Erbvertrages oder meines Testaments verfügen, das führt aber nicht unweigerlich dazu, dass derjenige auch Gesellschafter werden kann. Einfaches Beispiel, wir nehmen das klassische Familienbild, Vater, Mutter, zwei Kinder, Vater hat Immobilienvermögen, bringt dieses in eine Familienpoolgesellschaft ein, überträgt auf die nächste Generation im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge. Dann habe ich im Gesellschaftsvertrag die Möglichkeit, nachfolgeberechtigte Personen festzulegen. Das heißt, ich würde da reinschreiben, Mitgesellschafter, vielleicht die Ehefrau und ansonsten leibliche Abkömmlinge in gerader Linie. Das würde aber bedeuten, dass zum Beispiel für den Fall einer Scheidung oder Ähnliches das Ganze nicht in die Seitenlinie fallen kann. Und so habe ich die Möglichkeit, immer den Gesellschafterkreis exklusiv zu halten und verhindere im Grunde, dass Vermögenswerte an einer Stelle ankommen, wo ich sie nicht haben möchte. Kannst du das einmal kurz für die Leute, die jetzt nicht so in dieser Erbfolge sich auskennen, was meinst du mit gerader Linie und was meinst du mit der Seitwärtslinie? Also in gerader Linie heißt im Grunde gerade nach unten, das heißt Vater, Mutter auf der ersten Ebene, darunter Kinder, Enkelkinder und so weiter. Das heißt immer, ja, ich sage jetzt mal leibliche Abkömmlinge. Die Seitenlinie ist einerseits Geschwister der Eltern beispielsweise, aber ich meine damit auch angeheiratete Familienmitglieder, das ist jetzt nicht direkt die Seitenlinie an der Stelle, aber angeheiratete Familienmitglieder, die vielleicht gar nicht in diese Gesellschaft eintreten sollen. Die sollen vielleicht partizipieren, solange sie im Guten mit dabei sind, aber die sollen letztlich keine Gesellschaftsanteile bekommen. Also einfach nur, um da mal ein Beispiel zu machen, ich würde im Gesellschaftsvertrag das genau so anlegen und sagen, okay, es können Mitgesellschafter, also beteiligte Personen können Gesellschaftsanteil übernehmen und darüber hinaus meine Abkömmlinge und deren Abkömmlinge. Dann wäre es zum Beispiel so, dass wenn ich dann hergehen würde und sagen würde, meine Anteile soll aber meine Freundin auf Mallorca bekommen, dann ist das zwar grundsätzlich möglich, dass ich das regle, aber wenn der Gesellschaftsvertrag an der Stelle nicht vorsieht, dass meine Freundin auf Mallorca dort eintreten kann in die Gesellschaft, würde das nicht stattfinden. Die würde maximal einen Abfindungsanspruch gegen die verbleibenden Gesellschafter bekommen für den Anteil, den ich übertragen habe. Und da ist es dann wieder Frage des Gesellschaftsvertrages, wie hoch wäre so eine Abfindung an der Stelle zu zahlen, die kann ich entsprechend reduzieren, sodass ich mich da im Grunde, was die Gesellschaft angeht, etwas exklusiv halte. Also das heißt auch, ich hatte eigentlich diesen Vermögensschutz erst so bedacht für die letzte Phase irgendwo, aber ganz im Gegenteil, macht das ja auch hier an der Stelle schon Sinn, wenn es jetzt darum geht, also ich sage jetzt mal, selbst wenn ich in mein Testament reinschreibe, die Freundin auf Mallorca soll all mein Vermögen kriegen, solange ich im GbR-Vertrag, also im Gesellschaftsvertrag, die Regelung anders vorgesehen habe, wird immer der Gesellschaftsvertrag als allererstes bevorzugt und erst danach kommt quasi das Testament. Also von der rechtlichen Reihenfolge, alles, was im Gesellschaftsvertrag festgehalten wird, hat immer Vorrang. Genau, richtig. Also das betrifft insbesondere ja diesen, also an der Stelle diesen Aspekt der nachfolgeberechtigten Personen zum Beispiel. Also ich kann da einfach festlegen, wer die Anteile bekommen soll. Ansonsten gibt es da ja weniger Überschneidungspunkte. Man muss vielleicht an der Stelle noch gesagt, differenzieren zwischen Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften. Bei Personengesellschaften ist es so, dass ich eine Sonderrechtsnachfolge habe, das heißt im Grunde die Anteile auch direkt nur an nachfolgeberechtigte Personen übergehen. Bei Kapitalgesellschaften sind die Anteile per se erstmal vererblich und würden dann, ich sag jetzt mal, über einen Automatismus erst an die Erben fallen und dann auf die vielleicht nachfolgeberechtigten Personen übertragen werden. Also das vielleicht als kleine Unterscheidung. Aber grundsätzlich ist das genau richtig. Das, was im Gesellschaftsvertrag steht, geht erstmal dem Erbrecht, dem Erbvertrag oder Testament an der Stelle vor. Also wir halten uns durch die Eintragung der GbR, halten wir uns flexibler, was unsere Möglichkeiten im Verkaufsfall im Prinzip angeht. Und wir haben auch noch zusätzliche Sicherungsmöglichkeiten, also so eine Art Schutzmantel, um unsere Vermögenswerte schon drum zu legen. Auf jeden Fall. Und das nicht nur für den Erbfall, den wir jetzt gerade besprochen haben, sondern auch für ganz andere Konstellationen, nehmen wir den Insolvenzfall, den Scheidungsfall oder sonstige Aspekte. Es haben immer die Mitgesellschaften auch die Möglichkeit, Anteile einzuziehen, wenn gewisse Krisenausnahmesituationen eintreten, sodass ich auch da die Möglichkeit wieder habe, einerseits zu verhindern, dass vielleicht andere Personen in die Gesellschaft eintreten oder die übermäßig stark an den Vermögenswerten in der Gesellschaft partizipieren. Also so wäre es auch für den Insolvenzfall zum Beispiel möglich, zu sagen, also sollte bei einem der Gesellschaft da die Insolvenz eintreten oder Pfändungsvollstreckungsmaßnahmen anlaufen, dann können die übrigen Gesellschaft da die Anteile einziehen. Letztlich ist das nie zu null möglich. Das heißt, dann wäre man wahrscheinlich in einer gläubiger Benachteiligung an der Stelle, aber ich kann zumindest über entsprechende Abfindungsregelungen das so weit senken, dass ich sage, ich kann da ein Stück weit das Vermögen schützen. Also es ist auch gar nicht so unwichtig, finde ich. Also gerade wenn man jetzt mit einem Geschäftspartner oder sowas zusammen sagt, komm, ich bin Unternehmer, du bist Unternehmer, lass uns mal gemeinsam Immobilien machen, ist ja immer dieses latente Risiko einer Insolvenz, schwebt über uns allen. Auch bei einer Privatperson natürlich, aber bei Unternehmern ja vielleicht nochmal ein Stück weit mehr. Und dann hätte ich aber auch die Möglichkeit, an der Stelle Sicherungsabreden zu treffen, dass wenn einer von uns beiden in die Insolvenz rutschen würde, dass man dann die Möglichkeit hat, Anteile einzufordern sozusagen. Die sind ja nicht notariell notwendig, dann noch beurkundet zu werden, sondern es wäre ein Automatismus, der quasi in der Situation eintreten würde. Genau, und Automatismus nicht unbedingt, weil ich diese Einziehung tatsächlich dann auch aktiv vornehmen muss, über beispielsweise einen Gesellschafterbeschluss oder ähnliches. Also ich muss das ja schon in irgendeiner Form auch dokumentieren. Da habe ich auch ein Interesse dran, aber ich gebe dir recht, also ich kann das privatschriftlich tun. Je nach Rechtsform kann ich natürlich auch einfach sagen, okay, wir setzen uns hier zusammen, wir unterschreiben das alle, die verbleibenden Gesellschafter und beschließen eben, der Anteil von Mark wird aus diesen oder jeden Gründen eingezogen. Super. Also wieder finde ich ein weiterer Mehrwert sozusagen, den ich unbedingt mitnehmen sollte. Einfach ist wie so eine Art zusätzlicher Schutzmantel, den ich um die Immobilie oder um das Vermögensgut drumherum binden kann. Also hat das ja am Anfang schon gesagt, ist ja egal, ob es jetzt die Immobilie oder ob es Depotwerte oder andere Vermögenswerte sind. Alles das, was an Vermögenswerten in dieser Poolgesellschaft drin ist, kann an der Stelle geschützt werden. Genau, auf jeden Fall. Und das halt für ganz verschiedene Aspekte, sage ich mal, das betrifft den Scheidungsfall, den Vorversterbensfall, den Insolvenzfall, Armut oder Ähnliches, ja, die eintreten kann. Weiß ich nicht, früher hat man immer gesagt, Hartz IV, jetzt ist es Bürgergeld oder so. Wenn man in die Schiene mal in Anführungsstrichen abrutscht, auch da kann man das entsprechend vorsehen und genauso dann eben sagen, okay, dann werden die Anteile eingezogen, der Gesellschaft ausgeschlossen. Wenn wir jetzt in die zweite Phase reingehen, bleiben diese ganzen Mehrwerte natürlich erhalten. Also das heißt, jetzt bin ich nicht mehr in der Aufbauphase, sondern ich bin in der Haltephase. Dann wird wahrscheinlich das Thema Schutz noch mal mehr Priorität kriegen, als jetzt steuerliche Gestaltung dann vielleicht an der Stelle, die ich vorher hatte. An der Stelle, ich sage mal, es gibt ja den einen oder anderen Investor, der in dieser zweiten Phase sagt, Mensch, mein persönlicher Einkommensteuersatz, der ist mittlerweile so hoch. Ich möchte jetzt aber gerne in die Vermögensverwaltende GmbH wechseln, weil ich da einen niedrigeren Steuersatz habe, als in der privaten Einkommensteuer. Hindert mich die GbR an dieser Stelle? Also habe ich in dieser Situation einen Nachteil, der entstehen könnte? Oder spielt das an der Stelle keine Rolle? Es spielt schon eine Rolle, hat aber keinen Nachteil an der Stelle. Also in dem Moment, wo ich schon mal eine Gesellschaft bin, jetzt seit dem 01.01. dann ja zwangsläufig diese EGBR, ist sogar die EGBR ein umwandlungsfähiger Rechtsträger im Sinne des Umwandlungsgesetzes. Das heißt, ich hätte da direkt die, ich sage jetzt mal, perfekte Ausgangssituation, um über eine Umwandlung, egal welche Ausprägung, dann letztlich auch in zum Beispiel die GmbH zu kommen. Das müssen wir nochmal hervorheben, finde ich. Ich kaufe als Marc-Günther Privatperson, halte das Objekt zehn Jahre und habe mittlerweile ein so tolles Objekt, dass ich sage, ich will das unbedingt behalten, möchte aber jetzt steueroptimiert in die Vermögensverwaltende GmbH. Dann muss ich als Marc-Günther das Objekt der fremden dritten Vermögensverwaltenden GmbH, an der ich 100% Anteile halte, verkaufen. Also ich muss ja wirklich einen Verkaufsprozess durchführen, der an der Stelle Grunderwerbsteuer auslöst und natürlich Notar- und Gerichtskosten. Wie sieht jetzt das Szenario aus, wenn ich in der Familienpool-Gesellschaft gekauft habe vor zehn Jahren und möchte jetzt in die Vermögensverwaltende umwandeln? Also du hast gerade gesagt, du musst verkaufen. Also verkaufen streng genommen nicht. Es geht auch immer über so einen Einbringungsvorgang, nennt sich das. Also steuerlich ist so eine Einbringung auch ein endgeltlicher Vorgang, der dazu führt, dass jedenfalls, wenn ich aus Privatvermögen ins Betriebsvermögen übertrage, ich auch zusätzliches Abschreibungsvolumen zum Beispiel generiere. Das ist erstmal so. Das heißt, ich müsste im Grunde die Immobilien dann einbringen in eine Gesellschaft oder Gesellschaftsform, die ich da gewählt habe. Wenn das jetzt eben die GmbH ist oder eine andere Kapitalgesellschaft an der Stelle ist, dann habe ich eben die Problematik, dass zumindest im Grunderwerbsteuergesetz oder eigentlich per se im Gesetz die GmbH wie ein eigener Rechtsträger behandelt wird. Und insofern habe ich da einen Rechtsträgerwechsel, der für die Grunderwerbsteuer bedeuten würde, die muss ich erstmal einmal bezahlen, weil nicht mehr ich oder Marc Günther der Eigentümer ist, sondern die GmbH-Eigentümerin wird. Das heißt also, wenn wir als Familienpoolgesellschaft im Vorfeld gekauft hätten, dann hätte ich jetzt die Möglichkeit, einfach die Umwandlung vorzunehmen und würde an der Stelle die Grunderwerbsteuer nicht zahlen müssen. Genau, nach Ablauf von zehn Jahren jedenfalls. Aber da hätte ich dann genau die Möglichkeit, im Grunde über eine Umwandlung, über beispielsweise einen Formwechsel, dann in die GmbH zu kommen. Also früher war der klassische Schritt, sage ich jetzt einfach mal, der Mandant hatte Immobilienbestand, man geht erst in eine gewerblich geprägte GmbH und Coca-G zum Beispiel, kann da schon mal eventuell Abschreibungsvolumen gewinnen und insofern ertragsteuerlich ein bisschen optimieren und musste dann früher fünf Jahre, mittlerweile zehn Jahre abwarten, um dann Grunderwerbsteuerfrei in eine GmbH umwandeln zu können. Wenn ich aber von vornherein mit einer Gesellschaft erwerbe, dann habe ich eben diese Haltefrist, die ich auslöse, die habe ich erst gar nicht. Und insofern kann ich auch dann unmittelbar in die GmbH umwandeln. Also man kann aber jetzt festhalten, weil ich kann mir vorstellen, für den Zuhörer ist das so, ja, das wird jetzt alles so kompliziert und mit den verschiedenen Rechtsformen und sowas. Aber grundsätzlich, um es wirklich auf den Punkt zu bringen, wenn ich als Privatperson kaufe, dann habe ich eine fixe Ausgangssituation, mit der ich auch nur einen fixen Exit machen kann. Also ich kann als Privatperson kaufen und verkaufe als Privatperson. Sobald ich aber als Familienpool, egal in welcher Rechtsform erstmal, ich kaufe als Familienpool, dann habe ich Umwandlungsmöglichkeiten, ich habe Übertragungsmöglichkeiten. Ich bin also deutlich flexibler in meiner gesamten Ausgestaltung. Das heißt, ich muss nicht, aber ich kann. Und das kann man, glaube ich, so egal, also egal in welcher Rechtsform oder welche Möglichkeiten, ich bin einfach flexibel für alle Richtungen sozusagen. Auf jeden Fall. Und als Privatperson bin ich halt daran gebunden, quasi einen gewissen Weg gehen zu müssen. Und den habe ich halt in dieser Konstellation nicht. Das kann man so festhalten. Richtig. Und ich glaube, es macht schon Sinn, also an der Stelle zu sagen, okay, wenn ich jetzt, es gibt ja immer individuelle Situationen, jeder ist ja irgendwie an einer anderen Ausgangsposition. Es macht schon Sinn, sich da mal einmal hinzusetzen und im Vorfeld Gedanken zu machen. Und mit Sicherheit macht es auch Sinn, sich mal einmal intensiver mit so einem GbR-Vertrag auseinanderzusetzen. Aber also ich glaube, oder so würde ich es ja machen, mache ich es ja auch, wenn ich einmal mich mit so einem GbR-Vertrag auseinandergesetzt habe und für mich meine Regelungen bestimmt habe, dann ist es ja im Prinzip Copy-Paste. Also dann für jedes weitere Objekt, was man irgendwie dann kauft, dann habe ich mir ja einmal diese Gedanken schon gemacht, habe für mich Entscheidungen getroffen. Und wenn ich jetzt die GbR für mich als passendes Instrument genutzt habe, dann werde ich das beim nächsten auch wieder so machen. Und wenn ich die KG genutzt habe oder für mich als gutes Instrument empfinde, dann kann ich es beim nächsten so machen. Aber man muss einmal, glaube ich, sich auf seine individuelle Situation runterbrechen, sich mal mit einem Experten wie dir austauschen und sagen, Mensch, ich bin hier in der Situation, das sind meine Ziele, was würdest du sagen, wo bin ich am besten aufgehoben? Und dann kann es ja eigentlich schon losgehen. Also es ist ja jetzt kein riesen Hexenwerk sozusagen. Also man muss zwei Aspekte unterscheiden. Der erste Schritt, ich will einfach erstmal, um mir diese Flexibilität zu ermöglichen, zu erhalten, die GbR im Grundbuch haben. Dafür muss ich ja streng genommen auch keinen großartigen Gesellschaftsvertrag zugrunde legen, sondern kann ja, ich will nicht sagen, den Vertrag von der Stange nehmen, aber streng genommen ist es das. Das heißt, dafür würde es ja erstmal reichen, den Grundstein ganz schlank zu legen. Wenn ich dann sage, unter Berücksichtigung meiner finanziellen Aspekte, meiner familiären Aspekte, macht das vielleicht Sinn, da Sicherungsmechanismen aufzunehmen, vielleicht Nachfolgegedanken mit einzubauen oder ähnliches, dann habe ich ja jederzeit die Möglichkeit dazu, das auch wieder privatschriftlich im Hintergrund, sage ich mal, für mich zu machen, unter Hinzuziehung, meinetwegen eines rechtlichen Rats. Das macht dann schon Sinn, da das gesellschaftsvertraglich so aufzubauen, dass es auch nachher passt und vielleicht auch eben erbvertragliche, testamentarische Regelungen dabei zu berücksichtigen, dass sich das nicht irgendwie widerspricht, oder sich irgendwie beißt. Aber grundsätzlich, sage ich mal, sind das so zweierlei Paar Schuhe für mich. Also derjenige, der loslegen will und sagt, ich weiß noch gar nicht, wo die Reise hingeht, für den reicht es, die GbR ins Grundbuch zu kriegen. Wenn daraus resultiert, ich mache mir da mal mehr Gedanken zu, hat er die Möglichkeiten, die er sonst nicht hätte. Ein Beispiel vielleicht an der Stelle, ich will jetzt fast sagen, das klassische Mandat, was ich habe, ist derjenige, der vielleicht sein Leben lang, wie auch immer lang dann zu definieren ist, Immobilienbestand aufgebaut hat und dann vielleicht einen Nachfolgegedanken hat oder andere Gestaltungsideen hat, ja steuerlicher Hinsicht, und dann sagt, so, was können wir jetzt tun? Und der erste Schritt, den wir dann immer brauchen, ist, wir brauchen eine Gesellschaft und bringen Immobilien in diese Gesellschaft ein. Und das ist im Grunde der teuerste Vertrag, weil wir alle Immobilien einmal anfassen und notariell auf eine Gesellschaft übertragen müssen. Das ist der Grund, warum du eingangs gesagt hast, grundsätzlich erstmal als GbR anfangen, weil dann sparen wir uns genau diese Kosten, von denen du jetzt gerade an der Stelle sprichst. Genau. Wir sind quasi in Phase 3, in der Phase, wo man jetzt schon über die nächsten Schritte nachdenken möchte und hat jetzt den Knackpunkt, ich muss jetzt einmal meine bestehenden Objekte in diese Familienpool-Gesellschaft einbringen. Gar nicht mal nur in der dritten Phase unter Nachfolgeaspekten, sondern ja vielleicht auch schon in der zweiten Phase, wenn ich sage, okay, ich bin Bestandshalter an der Stelle, aber ich möchte mich steuerlich oder möchte steuerlich optimieren, möchte vielleicht Einkünfte verlagern, möchte einen AFA-Step-Up, höheres Abschreibungsvolumen generieren, oder, oder, oder. Auch dafür würde ich im Normalfall irgendwelche Gesellschaftsformen heranziehen und muss dann aber jedenfalls erstmal in die Gesellschaftsform rein. Und das ist dann zwangsläufig einmal, ich sage jetzt mal, ein Rechtsträgerwechsel, einmal dann auch, ja, Notarkosten und insofern, ja, dann meistens ein teurer Vertrag an der Stelle, was die notarielle Begleitung angeht, obwohl da jetzt nicht viel juristisch drinsteckt. Die Notare sind eben verpflichtet, sich nach den Gegenstandswerten zu richten und wenn ich dann eben schon fleißig Immobilienbestand aufgebaut habe, dann wird eben der Wert des Immobilienbestands da auch zugrunde gelegt. Also ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere, der jetzt gerade zuhört und die Mehrwerte dieser Familienpoolgesellschaft verstanden hat, jetzt gerade innerlich anfängt zu rechnen und sagt, okay, ich habe jetzt so und so viele Objekte im Bestand, ich würde eigentlich gerne so eine Familienpoolgesellschaft gründen, um diese Vermögenswerte in diese flexible Ausgangssituation zu bringen, aber das kostet doch jetzt Unmengen an Geld. Aber welche Mehrwerte, also ich sage mal, wir haben jetzt gerade schon eine ganze Menge Mehrwerte gebracht, aber würdest du sagen, es macht trotzdem in jedem Fall Sinn, sich damit auseinanderzusetzen? Ich mache mal ein Beispiel, wir sind jetzt in der dritten Phase und jemand hat Kinder vielleicht, die er irgendwann mal beerben möchte. Also würdest du sagen, es lohnt sich trotzdem einmal, diesen Kostenaufwand auf sich zu nehmen? Also es ist natürlich grundsätzlich so, dass ich ganz klar sagen kann, dass sich das lohnt, weil ich muss einen Aspekt berücksichtigen, ich habe auch in dem Moment, wo ich mich dann zum Beispiel mit dem Thema Nachfolge oder auch steuerliche Optimierung insgesamt beschäftige, ja, vielleicht nicht in meiner Generation, aber spätestens in der Nachfolgegeneration immer steuerliche Aspekte, die das Ganze auch rechtfertigen können. Das heißt, einerseits muss man sich natürlich zivilrechtlich mit der Regelung, die man getroffen hat, wohlfühlen, das muss für die Familie passen, das ist der eine Punkt, aber häufig habe ich ja dann steuerliche Erwägungen, die ich da mit einbeziehen kann und sagen kann, okay, wenn ich das jetzt mache und zum Beispiel alle zehn Jahre schenkungssteuerliche Freibeträge zugunsten meiner Kinder ausschöpfe, dann zahlen meine Kinder keine Erbschaftssteuer mehr oder viel weniger Erbschaftssteuer. Das heißt, dieser Kostenaufwand, den ich für Beratung, Notar an der Stelle aufwende, der relativiert sich spätestens in der Nachfolgegeneration auf jeden Fall. Wenn ich natürlich sage, ich möchte jetzt schon selber ertragsteuerlich optimieren, ja, zum Beispiel bewusst ins Betriebsvermögen verlagern, ja, AFA Step Up etc., dann habe ich natürlich auch sofort den entsprechenden Mehrwert. Das heißt, das ist ein Rechenexempel, was häufig oder fast immer zugunsten des Mandanten ausgeht. Also da braucht keiner abgeschreckt zu sein. Also das ist sicherlich auch eine Möglichkeit, nachträglich daran zu gehen, ohne sich da jetzt kostenmäßig im Kopf und gerade zu bringen. Also ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also gerade Erbschaftssteuer, wenn ich anfange, mich mit Immobilien zu beschäftigen, dann sind diese Erbschaftssteuerfreigrenzen ruckzuck erreicht und an der Stelle wird es ja richtig teuer. Und ich sage mal, wir haben leider im Mandantenkreis ja den einen oder anderen Fall schon mal miterlebt, wo wir als Immobilienmakler Objekte veräußern mussten, weil die Leute Immobilienvermögen ja vererbt bekommen haben und dann aber gar nicht in der Lage waren, dieses Steueraufkommen aus dem Cashbestand zahlen zu können. Das heißt, die waren dann in der Situation, dass sie die Objekte, die sie dann im Bestand hatten, verkaufen mussten, um die Steuerzahlungen leisten zu können. Und wir haben jetzt hier die Möglichkeit, über dieses Instrument Familienpoolgesellschaft im Vorfeld Vorkehrungen zu treffen, um einfach steuerlich da schon Vorsorge zu betreiben, dass die Steuerzahlungen, die anfallen können, ja zumindestens mal anteilig reduziert werden. Klar, wir wissen nicht, wann die Person verstirbt, aber man hat auf jeden Fall Vorkehrungen getroffen, dass man schrittweise das Steuervolumen da an der Stelle reduzieren kann. Auf jeden Fall. Also vielleicht da mal ganz grundsätzlich, vielleicht auch für die Zuhörer, die sich da noch nicht so mit beschäftigt haben. Also was die Freibeträge angeht, ist es grundsätzlich mal so, zum Ehepartner habe ich 500.000 Euro Freibetrag, schenkungs- oder erbschaftsteuerlich, zu den Kindern jeweils 400.000, zu Enkelkindern 200.000, zu eigentlich allen anderen 20.000. Und diese Freibeträge kann ich aber alle 10 Jahre ausschöpfen. Problem ist häufig nur für diejenigen, die abgeben wollen und müssen, dass sie sich vor dem Problem sehen, noch gar nicht in der, weiß nicht, in der Stimmung, in der Lage zu sein, schon abgeben zu können oder zu wollen. Die sagen, das ist Immobilienbestand, den habe ich mir vielleicht auch aufgebaut, unter Altersvorsorgeaspekten. Davon muss ich leben. Ja, ich würde das gerne, ich will meinen Kindern nur das Beste, ich will Steuern für die ersparen, wo ich kann, aber ich kann mich jetzt meines Vermögens noch nicht entledigen. Und die Familienpoolgesellschaft bietet an der Stelle einfach Möglichkeiten, Vermögenswerte zu übertragen und trotzdem sowohl die Erträge, also die Ertragshoheit zu behalten und auch die volle Verfügungsbefugnis, die Kontrolle über die Geschäfte und alle Möglichkeiten, die ich als Alleineigentümer an der Stelle auch gehabt hätte. Und insofern habe ich da dann auch, ich sage mal, ein Gestaltungsinstrument, was ich in der Nachfolge wunderbar einsetzen kann. Also das ist dann unter dem Aspekt zu sehen, dass ich sage, ich bringe Immobilienvermögen oder habe Immobilienvermögen in einer Gesellschaft oder bringe es eben nachträglich ein und übertrage dann privatschriftlich ohne Notar alle zehn Jahre im Höhe der zur Verfügung stehenden Freibeträge Immobilienvermögen mittelbar auf die nächste Generation. So, und das Ganze kann man dann auch dadurch optimieren, dass man eben sagt, okay, wenn derjenige eh die Erträge für sich behalten möchte, sprich die Ertragshoheit behalten möchte, dann würde das Ganze unter Niesbrauchsvorbehalt passieren und zwar unter einem Niesbrauchsvorbehalt an den Gesellschaftsanteilen, nicht an der Immobilie selbst. Und insofern habe ich die Möglichkeit, dann auch schenkungssteuerlich zu optimieren, indem ich sage, letztlich wird der Kapitalwert des Niesbrauchs in Bezug auf meine Lebenserwartung hochkapitalisiert und dann letztlich abgezogen, sodass, genau, ich dann im Grunde da steuerlich optimieren kann. Also zu diesen Freibeträgen würde ich gerne nochmal sagen, kannst du da vielleicht mal ein greifbares Beispiel nennen. Also nehmen wir mal die Situation an, jemand hat Vermögen und ist einmal als Privatperson und einmal in der Familienpoolgesellschaft. Vielleicht hast du ja einen Kundenfall oder so, den du da als Beispiel nennen kannst. Wir können ja ein Fallbeispiel auch konstruieren. Wir nehmen einen Ehepaar, was zwei Kinder hat. Die sind meinetwegen jetzt auch schon volljährig an der Stelle studieren. Die haben einen Immobilienbestand in einer gewissen Höhe, acht Millionen Euro meinetwegen, um einfach mal eine Zahl zu nennen. Die haben ihr Leben lang aufgebaut, haben natürlich auch entsprechende Erträge daraus. Nehmen wir mal fünf Prozent, 400.000, dann haben wir da natürlich bei denen dann auch einen Spitzensteuersatz erreicht, an der Stelle, sodass sie sich mit 42 Prozent begnügen dürfen. Und die überlegen vielleicht schon jetzt an der Stelle, ja, wie kriege ich denn die Vermögenswerte, die ich geschaffen habe, auf die nächste Generation, also auf meine beiden Kinder, übertragen. Aber wollen vielleicht auch nicht kürzer treten an der Stelle und sagen, ja gut, wir müssen natürlich erst mal noch davon leben. Und die Herrschaft ja vielleicht. Also ich glaube, das ist ja auch ein oft genommener Punkt, dass sie sagen, ja, aber ich will das ja gar nicht. Ich habe ja Angst, dass meine Kinder Blödsinn machen oder so. Genau, richtig. Also man in dem Moment, ich meine, das ist ja auch so, in dem Moment, wo man Vermögenswerte aus der Hand gibt, kann ich sie häufig schwierig zurückholen oder schwierig die Kontrolle darüber bewahren. Ja, und ich sage mal, eine Familienpoolgesellschaft hat dann eben die schöne Möglichkeit, über den Gesellschaftsvertrag entsprechende Regelungen zu treffen, sodass ich sagen kann, ich regele die Geschäftsführung, werde das sagen. Ich kann Verfügungsbeschränkungen regeln. Ja, was darf mit Anteilen an der Gesellschaft passieren? Auf wen dürfen die übertragen werden? Auf wen nicht? Was passiert für den Fall, dass vielleicht auch mal was nicht passieren darf, aber ein Kind vor mir verstirbt? Ja, was passiert, wenn einer der Gesellschaft, da hat man vorhin gesagt, in die Insolvenz geht oder ähnliches? Und gleichzeitig habe ich dann eben die Möglichkeit zu sagen, okay, ich übertrage schon Vermögenswerte und kann eben punktgenau, anders als bei Immobilien, die Freibeträge ausschöpfen. Ja, also ich sage mal, ich habe eine Eigentumswohnung, die ist, weiß ich nicht, 420.000 Euro wert. Entweder übertrage ich die jetzt ganz und habe dann eine geringe Steuer, die ich in Kauf nehme, oder ich übertrage sie in einer gewissen Quote, würde Miteigentumsanteile bilden, verhältnismäßig aufwendig an der Stelle, ist häufig gar nicht gewollt. Ja, sodass ich bei einer Gesellschaftsbeteiligung natürlich dann die Möglichkeit habe, die Schenkungsquote auch so zu wählen, dass ich die Freibeträge punktgenau ausschöpfen kann. Ja, vielleicht sind ja auch nicht mehr 400.000 übrig, sondern es gab eine Vorschenkung, es sind nur noch 300.000 Euro übrig. Ja, und insofern kann ich da passgenau die Freibeträge alle 10 Jahre ausschöpfen. Und wenn ich dann eben sage, okay, die Erträge sollen schon noch weiter bei mir liegen, die möchte ich noch gar nicht verlagern an der Stelle, dann habe ich die Möglichkeit, das Ganze unter Niesbrauchsvorbehalt zu tun. Und dann kann man im Grunde diesen Niesbrauchsvorbehalt wertmindernd abziehen, wenn man so möchte. Ja, ich möchte jetzt gar nicht so detailliert darauf eingehen, weil es dann, glaube ich, auch zu kompliziert wird. Aber im Grunde kann man sich das Ganze so vorstellen. Also, wenn jetzt eine, ich sage jetzt einfach mal, 48-jährige Frau auf ein Kind überträgt mit einem Freibetrag 400.000 Euro, kann die unter Berücksichtigung des gerade gebildeten Beispiels sicherlich 2 Millionen Euro Wert übertragen. Weil dieser Niesbrauch quasi den Wert mindert und dadurch die Freigrenzen eingehalten werden. Genau, also vielleicht ein einfaches oder plastisches Beispiel an der Stelle. Wenn ich dir eine Immobilie verkaufen würde, dann würden wir uns auf einen Wert einigen. Wir sagen jetzt, diese Immobilie ist eine Million Euro wert. Das ist ja für dich, das ist ja auch für mich. Darüber sind wir uns einig. Wenn ich jetzt hergehe und sage, Marc, klar, ich verkaufe dir die Immobilie, aber ich möchte noch, solange ich lebe, die Erträge, die Mieterträge daraus für mich, würdest du hergehen und sagen, ja, das ist schön, aber dann bin ich auch nicht bereit, die eine Million Euro zu bezahlen, weil du ja erstmal noch wahrscheinlich die nächsten 50 Jahre laut Sterbetafel die Erträge für dich vereinnahmst und ich im Grunde gar nichts davon habe. Dann ist das für dich keine Millionen mehr wert, auch wenn die Immobilie objektiv für dich eine Million wert ist, sondern vielleicht nur noch 100.000. Und in dem Moment würdest du sagen, ich gebe dir 100.000, weil die Erträge 50 Jahre lang noch bei dir liegen. Und diesen Effekt, den man da erkennt, den lässt das Finanzamt, die Finanzverwaltung auch zu unter, oder in Schenkungsfällen, sodass ich sagen kann, wenn ich unter Niesbrauchsvorbehalt auf meine Kinder übertrage und übertrage einen Anteil, der eigentlich 400.000 wert ist, unter Niesbrauchsvorbehalt und die Sterbetafel sagt, ich lebe noch 30 Jahre statistisch, dann ist der Anteil ja nicht 400.000 wert, sondern viel weniger, weil die Erträge bei mir bleiben. Und insofern kann man das schenkungssteuerliche Übertragungsvolumen deutlich erhöhen, weil man eben diesen Kapitalwert, den der Schenker sich über diesen Niesbrauchsvorbehalt zurück behält, abziehen kann. Also ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man das ausnutzen kann. Und in einem Nebensatz hast du noch einen Punkt angesprochen, den ich auch total häufig in Gesprächen so mitbekomme. Weil, also mal angenommen, ich habe jetzt zwei Töchter und ich habe fünf Objekte oder so, dann sind ja diese Objekte meistens gar nicht im gleichen Wertverhältnis. Es sei denn, es sind jetzt Eigentumswohnungen im gleichen Haus, gleicher Neubau oder sowas. Aber in der Regel sind die ja meistens unterschiedlich vom Wert. Und du hast gerade gesagt, wenn ich jetzt keine Familienpoolgesellschaft habe, dann müsste ich ja das Objekt in die nächste Generation weitergeben und könnte das ja nur im Prinzip vollständig oder ich hätte das mit diesen Miteigentumsanteilen, was man ja eigentlich nicht möchte. Das heißt, ich bin eigentlich gezwungen, an der Stelle fast schon Steuern zu zahlen, wenn ich diese Freigrenzen reiße. Und jetzt hier bei der Familienpoolgesellschaft ist es ja total egal, welche Immobilie ich übertrage, weil sie ja alle Teile des Pools sozusagen sind. Und ich da einfach nur die Anteile so ausrechne, dass wir genau die Freigrenzen einhalten. Das heißt, ich vermeide ja auch total diese Streitigkeiten. Ja, aber meine Schwester hat jetzt die bessere Wohnung bekommen und ich wollte aber eigentlich lieber die Wohnung haben, weil die ist doch viel näher zu meinem Wohnort oder sowas. Also man vermeidet im Prinzip jetzt nicht nur Steuer, potenzielle Erbschaftssteuer, die da anfällt oder reduziert Erbschaftssteuer, sondern man vermeidet auch Streitigkeiten unter den Geschwistern, weil man einfach alle wirklich gleich behandelt an der Stelle. Auf jeden Fall. Also man kann sagen, wenn ich das unter diesem Poolgedanken, deswegen ja auch Familienpoolgesellschaft, sehe und sage, ich bringe alle Immobilien meinetwegen in eine Gesellschaft, eine beteilige dort meine Kinder, dann bekommen die alle einen Anteil an allem. Das heißt, selbst wenn ich, um dein Beispiel aufzugreifen, mehrere gleichartige, gleichwertige Eigentumswohnungen hätte, kann es ja trotzdem sein, in der einen habe ich dann den Wasserschaden, in der anderen nicht. Dann wird die Schwester zum Bruder wieder sagen, ja, du hast die bessere Immobilie gekriegt, bei mir ist schon dreimal was kaputt gegangen. Also ich stelle das mal überspitzt da an der Stelle, aber diese Frage, wer bekommt eigentlich was, ja, bekommt der eine bekommt das Mehrfamilienhaus, dafür bekommt der andere zwei Eigentumswohnungen oder andersrum. Diese Frage umgehe ich damit so ein bisschen und kann dann einfach auch sagen, dadurch, dass ich im Grunde jeden an allem beteilige und ich die Spielregeln im Gesellschaftsvertrag entsprechend festlegen kann, kann ich nachhaltig Streit vermeiden. Also es klingt nach der eierlegenden Wollmilchsau. So ist es, genau. Das ist eigentlich ein schönes Wort dafür, finde ich. Weil, also wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, ja, ich glaube, das Thema war jetzt schon sehr, sehr umfangreich und ich denke mal, es ist bewusst, dass das jetzt hier nicht fallabschließend in dem Podcast komplett aufgearbeitet werden kann, aber ich glaube, wir haben so ein paar Highlights schon mal rausgekitzelt, warum es auf jeden Fall sinnvoll ist, egal in welcher Phase ich mich befinde, ob ich noch im Aufbau bin, ob ich in der Haltephase bin oder ob ich schon in der, ja, Nachfolgegeneration, wie gebe ich die Vermögenswerte weiter bin. Ich glaube, in jedem Fall ist klar, dass es sich lohnt, mit der Familienpoolgesellschaft zu beschäftigen, weil wir steuerliche Aspektpunkte haben, wir haben Flexibilität, wir haben aber auch Schutz, also, und da ist jetzt nicht nur Vermögensschutz mit gemeint, sondern auch Schutz, ich möchte weiter Herrscher der Immobilien bleiben, ich kann Gleichbehandlungen unter den Nachfolgen festlegen, sodass wir keine Streitigkeiten kriegen, der eine hat die schönere Wohnung bekommen, also, ich habe jetzt nur so ein paar Sachen zusammengefasst, aber ich glaube, man kann daran schon sehen, dass es echt sinnvoll ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Auf jeden Fall, ja. Wie funktioniert das? Also, jetzt habe ich Lust darauf, ich bin angereizt, also, ich finde, da ist so ein kleines Flämmchen geweckt worden, wie kann man jetzt vorgehen? Also, man nimmt Kontakt auf, beispielsweise mit dir, weil du dich in diesem Bereich sehr gut auskennst und dann würde was passieren, also, wie geht es dann weiter? Wird eine Analyse gemacht oder wie kann ich mir das vorstellen? Also, man muss natürlich sich erstmal den Sachverhalt insgesamt angucken, das heißt, man muss im Grunde so eine gewisse Bestandsaufnahme machen an der Stelle, gucken, wo liegen die Vermögenswerte, wem sind die zuzuschreiben, ja, ich erlebe häufig in Mandatsgesprächen, ja, das Haus hier, wem gehört das denn eigentlich? Das gehört uns beiden. Guckt man nachher ins Grundbuch, gehört es nur einem von beiden, es ist dann eher gefühlt mit Eigentum gewesen. Da ist natürlich wichtig, einfach zu schauen, okay, wie liegen da zum Beispiel Eigentumsverhältnisse oder Ähnliches. Dann bin ich ein Freund davon, sich grundsätzlich das Ganze, also, ich sag mal, die komplette Struktur anzuschauen, das heißt, vielleicht auch, wenn betriebliches Vermögen vorhanden ist, weil eine Selbstständigkeit besteht, sich das mit anzuschauen, auch das kann da ja unter Nachfolgeaspekten, testamentarischen Aspekten mit reinspielen, sich dann anzuschauen, okay, wie ist man aufgestellt im privaten Vermögensbereich und vielleicht, wie kann man das letztlich, sag ich mal, in einem Erbvertrag, in einem Testament, vielleicht auch mit einer General- und Vorsorgevollmacht und einem Pflichtteilsverzicht abrunden an der Stelle. Das heißt, wir würden erstmal eine Bestandsaufnahme machen, gucken, wie sind denn die aktuell, also wie ist die Ist-Struktur, wenn man so möchte, ja, würden dann auf Grundlage dessen unter Berücksichtigung der Erwartungen oder der Motive des Mandanten dann schauen, okay, was können wir für Gestaltungsmaßnahmen an der Stelle vorschlagen, was macht da Sinn und dann würden wir Einverständnis des Mandanten vorausgesetzt dann auch auf der Grundlage die entsprechenden Verträge vorbereiten, sodass dann im Grunde alles aus einer Hand kommt und an der Stelle dann ein Gesamtkonzept geschaffen wird, was dann womöglich den betrieblichen Bereich, den privaten Vermögensbereich und auch den Bereich der letztwilligen Verfügung dann irgendwo abdeckt. Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Zuhörer, der als Investor jetzt loslegen möchte, im Kopf hat, alles klar, ich muss eine GbR gründen, aber Mist, was muss denn da alles in so einen Vertrag rein? Also das Bonbon, was ich am Anfang der Podcast-Folge versprochen habe, ist ja, dass du etwas vorbereitet hast für unsere Zuhörer. Ich werde in die Shownotes nochmal deine Kontaktdaten verlinken, dass man dich anschreiben kann und du stellst dann eine Checkliste zur Verfügung. Vielleicht kannst du ja mal kurz was dazu sagen. Genau, also wir würden da im Grunde ein kleines Handout mit an die Hand geben, wo wir einmal vielleicht verschiedene Aspekte so ein bisschen zusammenfassen. Ich denke mal, das war sehr, sehr viel auch für den Zuhörer an der Stelle und dass man dann dort auch eine Checklist, eine Aufstellung findet, was zum Beispiel Regelungspunkte für so einen Gesellschaftsvertrag sind, damit der eine oder andere vielleicht auch die Möglichkeit hat, sich schon im Vorfeld mal über den einen oder anderen Aspekt Gedanken zu machen und dann vielleicht gerade unter diesen Aspekten dann auch in Gespräch, in ein Beratungsgespräch geht. Super. Also vielen, vielen Dank erstmal für diese Fülle an Informationen und Mehrwerten. Also ich bin ziemlich sicher, dass wir da die einen oder anderen Nachfragen oder Kommentare auch nochmal bekommen werden. Also falls ihr irgendwelche Themen habt, die jetzt hier eurer Meinung nach nicht weit genug ausgeführt worden sind, dann schreibt es gerne in die Kommentare mit rein oder schreibt uns direkt an. Ich glaube, der Nils wird bereit sein, hier nochmal Rede und Antwort zu stellen. Ich finde, du hast sehr, sehr viel Preis gegeben. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist nicht selbstverständlich und ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns die Podcast-Folge zu machen. Und ja, wie gesagt, also wenn ihr noch mehr Informationen haben wollt, schreibt uns gerne an. Schreibt dem Nils eine E-Mail, damit er euch die Checkliste zur Verfügung stellt und ansonsten würde ich sagen, bleibt dran, denn nächste Woche Donnerstag um 5.30 Uhr kommt wieder unsere nächste Podcast-Folge R&G Zeit für Neues. Durchorialene auf geht's und machen haut weiter hoch рас hoch auf hoch dafür Untertitelung des ZDF, 2020